regnerfreunde hallo ein nelson vierheck regner im sehr schönen verhaltungszustand anfang der 60er jahre machten sich diese rechteck regner über den amerikanischen markt breit dieses modell stammt übrigens aus ostfüßland und der enkel der omas garten aufräumte sagte zu mir das braucht man hier nicht und am zustand des regners sehe ich auch dass die oma diesen regner nicht oft im einsatz gehabt haben kann sehr schönes modell sehr schöne farbgebung schauen wir uns an wer geht ja 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 ja